mehr ist das gar nicht ja okay sind peinlich in eisenplatten außen kupferdinger mehr ist das nicht dass wir müssen einfach nur ungefähr dreimal so viel hier drin haben aber da es keine stau gibt stau geben kann das vollkommen so es werden durchgehend chips hergestellt und das muss ja kein schnelles band seien theoretisch weil es nicht schnell hergestellt alles okay also wird produziert das ist mit dir du siehst noch sehr sehr archaisch aus du hast noch nicht mal rote fließbänder geht ja gar nicht brauchst nur eisenplatten und dinge von uns ja dass wir machen das hier so erst mal bist du ein blauer wegen schneller und so dann kriegst du hier rot alles rot du bist fließband nämlich mit so für den anfang eisenplatten und die ganze zeug ja wir haben ein paar davon wie schaut es hier aus kommt alles mit und das sieht endgeil aus mit den dingen hier sehr sehr cool forschung ist auch durchgehen am rödeln alles super also wir hätten gerne eisenplatten hätten gerne zahnräder und dann hätten wir gerne außenrum trotzdem noch das dingens das licht ist falsch sonst staunen sich halt die fließbänder auf den fließbändern so dass du bist nicht so eine schöne lösung die lösung ist besser du so und langärmliche ausgeber du 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 so auch dieses system wurde optimiert würde ich sagen in überall eisenplatten außen zahnräder ganz außen warum machst du nicht was du machen sollst warum hast du da kupfer platte kupferdraht drin gehabt sehr komisch ja jetzt macht ihr was er machen sollte und ihr stellt durchgehen fließbänder her legt sie auf fließbänder sehr schön grüne tränke lassen nach das wird behoben 172 davon 86 davon da was von der fließbänder denn hier da rein du da rein du da rein ja dafür definitiv einiges an fließbändern na gut grüne wieder produziert was ist mit dir du bist kupferplatten und die ganze romanzia du wirst auch umgebaut ich habe jetzt nur keine fließbänder mehr gar keine fließbänder mehr gibt mir wenigstens eine handvoll so da da dann kommt hier einer der rausnimmt da einer der rausnimmt kupferplatten go das andere schon wieder zahnräder auch echt für jeden krimskampf zahnräder also ist jetzt nicht so wirklich dass die roten tränke mangelware sind aber ich würde das schon ganz gerne auch hier durch die gefüllt haben grüne tränke kommen werden aufgelegt werden braucht wenn eingelagert alles gut alles gut und robotics ist gleich fertig und ich habe den flammenwerfer und 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 überhaupt hier schaut's hier oben aus wasser ist noch da jedenfalls hierfür hier wird öl reingepumpt aber die produzieren fast gar nichts mehr nur noch 0,3 die sekunde das ist nicht viel wir brauchen also mehr öl theoretisch wir wollten hier auch weiter bauen aber ich habe so viele baustellen das geht gar nicht und forschung die reintrudelt bitte flug erforschen für construction robots danke naja viele baustellen ich weiß gar nicht ob ich irgendwo noch mauern automatisierte dass sie hergestellt werden aber ich denke nicht weg so und das ist hier alles ein flickwerk oh hier unten sind noch steine 53 naja brauchen wir ein paar davon und wo wir schon mal hier sind bau auch gleich lasertürmer das war mast ein abstand laserturm mast ein abstand laserturm mast ein abstand laserturm fürs erste so was wollte ich jetzt gucken ich wollte flammenwerfer munition kugeln das mache ich nicht hier das mache ich in der chemie chemiefabrik in einer von den zigtausend die wir über haben oder wie weiß ich nicht was fehlt hier die schwefelsäure schwefelsäure da fehlt nix wasser ist da schwefel ist da eisenplatten sind da auch schwefel fehlt warum wird kein schwefel produziert wasser ist da ist nicht genug petroleum gas da wird erst produziert sobald das hier auf 10 ist rödel das einmal durch damit schwefel aufgelegt wird eingelagert haben wir hier sind überschuss ja dann schmeiße ich mal von hand 50 ein ja das sieht doch gut aus schwefelsäure alles füllen hier batterien werden hergestellt ok euch nehme ich ja mit ich will nämlich nicht dass der strom wieder ausfällt ja plastik haben wir auch noch eine menge brauchen wir gerade gar nicht kohle scheint noch genug da drin zu sein und während ich hier rumlaufe würde ich ganz gerne eine chemiefabrik bauen wir brauchen wir Eisenzahnräder und wir brauchen Eisenplatten ein Inventar voll Eisenplatten bitte alles da rein ein Inventar voll Eisenplatten bitte alles da rein gut das müssten ein paar Zahnräder werden dich würde ich gerne füllen mit denen das Holz kann raus das kann hier irgendwo eine Kiste auch wenn die Kiste bestimmt schon voll ist oder? ne gut das hätten wir auch also Stromversorgung steht ich wollte ein chemical plant bauen genau ich weiß noch nicht genau wo und wie baust mal hier neben Flammenwerferzeug geht hier gar nicht was also hier auch Eisenplatten Heavy Oil Light Oil das heißt wir bräuchten einen kleinen Anschluss Zapf Zapf von da und einen kleinen Anschluss von da Zapf Zapf angezapft ich hoffe ich habe jetzt nicht irgendwo irgendwas überschnitten aber das müsste eigentlich so weit hinhauen und du stellst jetzt bitte das daher wenn du Eisenplatten bekommst Eisenplatten müssen wir nur kurz einlegen von Hand ja oben waren auch Eisenplatten aber die will ich nicht nehmen die sind für was anderes so zwei sagen wir mal 300 Eisenplatten nom 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 wird alles einsortiert staut ihr euch schon fast so aus ne ok sehr gut da ist Stau vertretbar das finde ich so schön aber ah Stahl soll ich auch noch einschmeißen ich freue mich schon dermaßen wenn die Roboter später da sind die werden wir so viel Laufarbeit abnehmen ein Flamethrower Ammo so hier unten mir wurde gesagt ich soll einfach Q drücken denn wird die Waffe gewechselt aber das klappt nicht das heißt Controls hier next weapon U oder Q ach U U Flammenwerfer ok ähm wie ah 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 schick das ist richtig ja schon alle ich brauche viel mehr Treibstoff und da fehlt was es fehlt ein sehr befriedigendes Wusch Geräusch das müssen sie unbedingt noch einfügen das gehört zum Flammenwerfer dazu ja aber mhm oh oh Angriff das müssten sie auch rum in den Einfügen ein akustisches Geräusch wenn man angegriffen wird das wäre doch sehr hilfreich aber es sieht so aus als wenn die Türme das erledigt hätten auch wenn ich gar nicht mehr weiß was da Türme waren das sind bestimmt noch alte Gunnery Türme irgendwo hier war das na nicht hier müssen wir da Waffe wechseln ja da unten da liegt es ab schon rum der ah jetzt mal ein Laserturm ein Laserturm hat es geschafft zwei, drei Viecher umzubringen bevor der auch nur ein Biss also ein klitzeklein Biss hat er machen können zwei Schadenspunkte ah ist okay ist okay ein bisschen doof finde ich dass der Turm hier anscheinend nicht mit drauf geschossen hat kann ich jetzt so nicht sagen ich rohle mal ein bisschen hier oh äh gute Munition müssen wir noch herstellen sehe ich gerade nehmen wir dafür mal die Kupferplatten hier mit äh so zack das hätten wir auch ähm Forschung ja die Dinger hier was fehlt euch? euch fehlt immer wieder der Chips was sagt die Chipsproduktion wir haben ja doch recht viel jetzt hier rein geworfen du hast keine Eisenplatten dafür eine Menge Chips gut 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 ich denke wir kommen bald in den Genuss dass wir uns keine Sorgen mehr über grüne Tränke machen müssen dann kommen allerdings die hellblauen Tränke keine Sorge man kann sich immer über irgendwas Gedanken machen äh du brauchst theoretisch Kupferplatten ne was äh hier ist was falsch gelaufen so du legst Kupferplatten du legst bitte Zahnräder und hier haben wir 300 rote Tränke die darauf warten einsortiert zu werden ja rote Tränke definitiv kein Problem mhm Fließbänder und Ärmchen 1200 Fließbänder 92 92 Ärmchen was also wegen den doofen Chips ja gut ähm schade aber wir können trotzdem die schon mal wieder anschmeißen 100 grüne Tränke haben oder nicht haben mhm ach es haubert du nur in den Fließbändern Ärmchen haben wir noch sehr schön das kann jetzt eine Weile rödeln mhm Stahl wie viel Stahl haben wir ein bisschen was Kupferdraht ne Menge was he he Zahnräder müssten wir jetzt ein paar haben so bisschen was für's für den Eigenbedarf Draht können wir auch gleich mitnehmen für den Eigenbedarf steckt ja schön hoch so du dein äh Strom ist okay mhm Forschung mit betrieben Chips laufen ganz gut wir wollten hier das Ding anschmeißen da als ich diese Session angefangen habe war das eine der Sachen die ich machen wollte weil ich es am Ende der letzten Aufnahme gesagt habe dass wir das Ding hier anschmeißen wollen um zu testen wie es läuft und seitdem hat sich ein bisschen was verändert wir müssen das hier alles abreißen tut mir leid sieht einfach nur doof aus okay äh ihr braucht pipe steep plate iron gear wheel das machen wir der Gestalt äh geht das so? ja das geht so da 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 das war der Autosave du da also den kommen hier in das eine kommen Roche in das andere kommt Stahl schon mal vergessen und Zahnräder Roche Stahl Zahnräder Roche Stahl Zahnräder 400 Rohre Rohre Stahl Zahnräder so und das muss jetzt hier unten wieder mit eingebunden werden und zwar eigentlich so wo ach so die brauchen wir noch Arme die Jungs wär praktisch und zwar mehrere davon das ist ein das ist ein das ist ein